Servus! Und weiter geht's! Wir sind wieder da! Ich hab Angst! Dreh doch erstmal auf! Wir steigen gleich voll ein! Ja, du kannst wieder mal ein Shisha gehen. Bitte schön schnell! Nimm! Jetzt müssen wir schnell machen, mein Freund! Mein russischer Freund! Ja, ja, ja! Russisch! Was war das? Ich habe keine Ahnung! Böse Mafia! Von Alexander! Jetzt kannst du auch aufdrehen oder? Ja! Ja, jetzt kommen die Dinge aus! So! Jump! Jump! Super Mario! 8 August 1839 8 August 1839 Er erwartet, aber ich habe ein schlechtes Gefühl darüber. Ich habe eine Beweisung bekommen, dass mein Deus Ex ausgeliefert wurde. Das bedeutet, ich kann morgen mit den Spielen beginnen. Nur mit Daniel. Ja, aber Deus Ex 3 ist so toll. Aber nicht vergessen, Amnesia geht trotzdem weiter. Ähm, weil wir haben schon einige Leute wirklich, ähm, hier gehabt, die uns gefragt haben, wann es denn endlich weitergeht. Und... Ah, ja, vielleicht. Ein Sanktum mit blauem Licht. Ich habe gedacht, wir hatten aber den Orbs' echte Potenzial. Das könnte sein, dass es mehr als eine schreckliche Schmerz sein könnte. Es könnte das Beginn von etwas, die wirklich extraordinäres zu sein. So, du bist relieved. Jetzt kommen die Wasserviecher noch da. Ich schätze mal, die sind noch da. Ich gehe einfach so schnell, wie es geht hier raus. Ha! Kriegt mich nicht! Ha! Das Spiel ist es. Ha! Einfach. Das Spiel ist da. Ha! Aber ich habe jetzt Angst, in den Markt zu gehen. Du hast jetzt voll zu deinem vorherigen Statement. Was? Ich habe nichts gesagt. Ich kann es jetzt gleich rausschneiden. Nix wird rausgeschnitten. Ja, ja, ja. Puh. Okay. Jetzt... Okay. Wir sind crystal clear, das brauchen wir jetzt auch. Ja, in der Morgen geht die, ähm, Sanity sehr schnell runter. Ja. Hier brauchen wir die wooden Crank nochmal. Ja. Für den Knacken. Für Ach... Ja? Ja? Okay. Ich weiß, da kommt irgendwann ein Vieh. Ich glaube, das ist gescriptet, wenn wir das Mark rausgenommen haben. Und wir müssen uns bei Leichen verstecken, was an der Sanity extrem zieht. Der Bildschirm ist schon mal einladen. Ja. Ich mag dieses Kind, diesen Jungen oder wer das wo immer ist. Vielleicht ist das der Alexander. Ich adaptiere ihn. Nein. Tja. Ich hab' ich selber. So. Ich hab' ich selber. Ja. 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 Ich hab' ich entgegen versucht. Ja ja. Ja. Wir haben's, äh. Verdammte nekrofile Bastarde, echt. Hab, hab, hab. Ja, machen wir's halt gleich. Habt ihr gerade eine Ratte zersuppt? Nein, das würde ich niemals tun. So. Hey, ist ein komischer Ding. Ich weiß echt nicht, was das ist. Ich schau das mal demnächst nach. Ich will das unbedingt wissen. Ah, blablababa. Bin ich böse? Das wird sich am Ende rausstellen. Ich hab keine Ahnung. Ähm... Ja, genau. Mal fass mit den Schubladen auf, dann kann ich halt die Shisha lenken. Ja, genau. Zack, zack. Zack, zack, ah. Ha, Laudanium. Ja. Laudanum. Laudanum. Genau, da steht's gleich bloß drinnen. Genau, das Vaccine ist in dem Körper. Wir haben nämlich Experimente gemacht mit anderen. Und dieses Vaccine brauchen wir für das Giftgas unten, wo wir dann später hin müssen. Das habt ihr alles nicht gesehen. Wir haben es mal kurz erwähnt im vorherigen Teil. Ähm... Aber da müssen wir auch nicht hin. Äh... Wo hab ich mich denn damals versteckt? Weißt du das noch? Oh Gott, keine Ahnung. Das wird dieses Monster sicher gut aufhalten. Ich probiere es noch mal mit einem Stein. Den ich nicht nehmen kann. Ich höre dich, Daniel. Hörst du mich? Hast du deine Meinung verändert? Ich komm dich holen, du Bastard. Okay. Genau, so. Ich glaub, wir müssen einfach nur mit dem Bohrer rein. Mh... Auf jeden Fall drained das deine Sanity, oder? Ne, aber wir haben noch was gebraucht. Wir haben... Ah, ich glaub, wir müssen jetzt woanders hin, weil wir müssen da in so einem Stab die Hollow Needle rein. Kannst du die Hollow Needle nicht einfach so benutzen? Nee, 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 das wird nicht gehen. Genau. Something weiss hin. Ich glaub, oh mein Gott. Ich muss meine Barrikade wieder abbauen. So. Ich bin der Meinung, das war hier irgendwo. Ich will da drauf nicht zu lange rein, Was ist passiert? Hilfe! Anybody! Hilfe! Wenden, oder? Kombinieren? Ja, das mache ich jetzt den Raum. Ich weiß nicht, ob da sonst was kommt. Also. Habe ich denn noch irgendwas, was ich da draufstellen kann? Ich will echt mal verbarrikadieren hier. Tisch kann ich ja nicht ziehen und nehmen. Nee, ich glaube es nicht. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich habe mich da drin versteckt. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Kannst du ja dann ausprobieren. Ja. Ach, Quatsch. So. Mh, Mahlzeit. Und das konnten wir damals nicht machen, weil wir nämlich den Bohrer nicht vollständig hatten. Ah ja. Ach, ich bin ja selbst. Ich glaube, das stimmt, ja. Oh, Lech. Wow. Na, super. Ich glaube, das war eine gute Idee, dass du das Ding verbadekartiert hast. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das sind, glaube ich, noch die schweren Gegner. Brutes? Ich ja. Es gibt zwei Arten vor Gegner. Grunts und Brutes. Das ist zwei Arten vor.